Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Das Ganze entstand, weil wir uns vor ein paar Jahren mal gedacht haben Meine Güte, wir haben schon so viel zusammen gemacht, musikalisch, aber niemals unser eigenes Zeug Und das haben wir jetzt gemacht Und zack, kaum fünf Jahre nachdem wir angefangen haben, ist es fertig Unser neues Album PN Dynamics Mit dem Album Dynamics Wir haben halt hier alles durcheinander geworfen, was wir gerade im Kopf hatten Das sind auch keine normalen Airplay-Standards Die Songs haben nicht die Standardlänge und was weiß ich Und haben bestimmt auch nicht den Spotify-Frequenzgang oder so, den man heutzutage erwartet Aber das ist ein Projekt, das wir auch Spaß gemacht haben Und das hört man hoffentlich auch Und ich wünsche mir, dass ihr viel Freude dabei habt Streamt unsere Songs Liked unsere Songs Downloadet Kauft unsere CDs vielleicht sogar Für die von euch, die noch super retro sind Die können noch CDs abspielen, das geht Ich weiß, ich hab davon gehört Und Erzwerke aufzuheulen Und hoffe, wir sehen uns irgendwo draußen Bis dann Tschüss Möham 수� Möham 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 Oh, 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 oh